Ich habe über dich gehört, dass du nicht die Kommentare lernst, aber du hast überhaupt nicht teilgenommen. Also, ich sitze mit meinem Team und wir gehen über was wir wollen, was ich sagen möchte. Alles wird von mir geschrieben und ich wähle alles. Ich bin einfach nicht logiert. Also, ich sage, wir werden diese Fotos, diese Fotos, diese Video, diese Woche. Ich denke, das ist die Message, die ich möchte mit ihnen sein. Und dann machen sie das Rest. Weil es nicht eine realistische Form von Leben ist. Es ist nicht natural zu sein, dass es so viele Leute kontaktbar ist. Es ist wunderbar, dass es so viele Leute zu bemerken. Und diese Fanbase, die das beste Teil meiner Leben ist, ist meine Fanbase. Aber wir werden verloren, in diesem Weltraum. Wir werden verloren auf unseren Telefonen. Wir werden verloren, hinter dem Computer. Wir werden verloren. Ich sehe mich an die Leute, die da sind, und sie sind alle auf ihren Telefonen. Und wir sind auf einem wirklich schönen Mountain. Und Leben ist passiert. Und jeder ist es. Es gibt nur so viele Male Male, dass du etwas über dich erzählst, bevor du willst, und bevor du willst. Und bevor du willst. Und das ist die Punkt, die ich zu. Ein paar Monate später habe ich gesagt. Ich habe etwas gesagt. Und ich habe alles gehört. Ich habe alles gehört. Ich habe alles gehört. Und ich habe alles gedacht, bevor die Leute gesagt haben. Und was ist das Problem? Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich versuche, eine positive Föhrung auf den Welt. Ich versuche, die Menschen nicht zu sein. Weil Menschen sind ein Arschlöses für mich. Nicht alle. Aber es gibt Menschen, die wirklich versucht, etwas zu tun. Ich versuche, diese schönsten Föhrung auf den Welt. Und dann gehe ich in die Welt. Und ich gehe in die Welt. Und ich brauche Menschen's Hände. Und sage ich, vielen Dank. Und ich sage, vielen Dank. Während meine Spiele, ich komme aus der Szene und gehe in die Zuschauer. Weil das ist so viel mehr speziell. Das ist das Leben. 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 Ich sage nur, hallo. Okay. Ja, ich sage nur, danke. Wo sehen Sie sich weiter? In welche Richtung ist die Ride going? Ich denke, die größere Dinge werden, die mehr reclusiver ich bin. Ich mache meine Tours. Whatever size they are. I love playing big arenas. And I love playing small shows so much. So I just want to keep that kind of balance going. Like, you know, the other week I played in the Zigadome. Which is like quite a, it's an arena. And then the next day I played in this tiny little club. And it was so nice. I love that. Yeah. I just want to play music and be healthy. And enjoy all these like beautiful moments that you get in life that people are missing because they're on their phones. Tash, love your approach to life. I'm very much looking forward to your gig here on Guten Festival. Thanks so much. Thank you. Thank you.